Hallo, ich habe gerade die Daisy erwischt, wie sie hier sich dem Schäfchen annimmt und mit ihren Pfoten so richtig besitzergreifend auf dem Schäfchen ist. Also es ist gerade Putzzeit, die unteren zwei Etagen werden gerade sauber gemacht, oben ist schon sauber, das Haus fehlt noch und die Daisy versteckt sich hier unter ihrem Schäfchen. Das Schäfchen haben wir ja festgemacht und erst sah es ja so aus, als wenn keiner damit etwas zu tun haben möchte, aber die Daisy liebt wohl doch ihr Schäfchen. Das wollte ich euch heute zeigen, nur ein kurzes Video heute und ich finde das niedlich, wie die Daisy die Pfoten immer auf das Schäfchen tut, um zu zeigen, das ist mein Schäfchen. So, jetzt wird noch geputzt, also nicht bloß der Stall geputzt, Daisy putzt sich auch und das soll es schon für heute gewesen sein, ein ganz ganz kurzes Video, Daisy und ihr Schäfchen. Bis später einmal, tschüss!